Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. Doch, für heute ist wirklich Schluss. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, eine wunderschöne Fahrt mit der Panoramabahn. Auf bald im Park, meldet euch, wenn ihr da seid. Martin Ich wünsche euch viel Spaß dabei, eine wunderschöne Fahrt mit der 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 Fahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020